Jungs, herzlich willkommen zu meinem 5000 Abo Special. Ich habe hier so eine schöne fette Kiste vorbereitet mit dicksten Bombenrohren. Rüder Mega Dreischlag Bombenrohre, sechs verschiedene. Nummeriert von 1 bis 4, davon zwei doppelt. Rüder Mega Shot Bombenrohre, Hammer Single Shots, das Crackling Mega Finale von PGE, was das Finale natürlich sein wird, was natürlich am besten zu mir passt und zu meinem Kanal. Dann haben wir da unten noch The Maze von Pyroland, eine Blackbox Nexus, natürlich auch schön Crackling, einen Dreischlag Silberblinker und da unten sind sogar noch zwei Abo Feuertöpfe, Rattailbellen, können wir auch auf Schlag zünden. Ich würde sagen, wir legen mal los mit dem unspektakulärsten und das ist in diesem Fall, ich würde mal behaupten, die Hammer. Das ist schwierig, das ist ganz schwierig. Die Hammer Single Shots, die kriegen wir auf alle vier auf Einschlag hin. Turbo Webel hilft mir. Kommen wir schon mal einen her. Kommen wir schon mal hier. Come on. Stellen wir die hier gleich schön in Reihe auf und dann wird das richtig schön scheppern. Die Hammer Single Shots sind nämlich gut laut für F2. Also meiner Meinung nach nach wie vor, nach den ganzen Bombenrohren, nach wie vor, wie laut ist. So, wir legen mal los, hier vier Gaohemmer Single Shots. Ich hoffe, ich kriege es alle gleichzeitig an. So, ist ja auch erst kurz nach vier Uhr morgens am Silvester, aber okay. Ich kriege mir jetzt hier die Röder, Megashots. Ja, als nächstes die Megashots haben wir auch alle am besten nacheinander weg. Was verlegt die denn so hart? Unglaublich. Bitte? Ja, ich vergesse immer, dass da noch diese Abdeckungen sind, die man abmachen muss. Alle Tobi macht das hier eben. Und Drive-By. Wow, nice die Effekte, um Drive-By zu lesen. Das ist dein Liebling, ne? Crackling feiert drauf, natürlich. Aber es ist eine fette Crackling-Wolke. Ja, ja. Hier, einfach random. Einfach random, zack, zack, zack. Ich versuche auch wieder alle vier. Sollte möglich sein. Das wird ein schönes Kuddel-Muddel wahrscheinlich. Ich kriege das wohl hin. Oh, oder auch nicht. No way. Scheiße. Ich dachte, ich hätte weniger Zeit, aber ich hatte doch noch ein bisschen Zeit. Als letztes dann nochmal das Blaue hinterher. Schön, schön. Und der Wind ist auch mega am Start. Yes. Als nächstes haben wir hier die Blackbox Nexos. Kleiner, feiner Kasten. Schicke Batterie, wie ich finde. Freigelegt von Blackbox. Freigelegt von Blackbox. Dankeschön. Mal schauen, was die aktuelle Charge kann. Ja, die hatten wir vorhin schon mal gesehen. Ja? Ja. Auch ich weiß nicht. Wir haben so viele Batterien geballert. Irgendwann als Investor hatten wir die heute schon mal gesehen. Aber kann ja nicht schaden. Eben zum Batteriefriedhof gehen. Die dazwischen stellen. Hö. Wer kuschelt denn da miteinander? Zwischen Toshi und... Ja, das sieht gut aus. Ja, ne? Alles klar. Schön da rein. Und es rußt. So. Blackbox Nexos. Los geht's. Den Feuertopf muss man halt weglaufen. Die ist schon geil, ne? Für 20 Millimeter. Wir machen aber gleich weiter mit... Rettelbang. Rettelbang. Ja komm, Rettelbang machen wir. Von ABBA. Uno. Kappelmüll. Doss. Dres. Der Dachlecker hier noch Octoplus Heuler. Dachlecker. Der Dachlecker. Das ist Dachlecker gesagt. Ja, nach müde kommt doof, ne? 4 Uhr an Silvester. Kriegt die mal weg. Die brennt sonst. Die sind? Ja, die sind. Genau. So, würde ich sagen, stech den einfach inzwischen, ne? Das finden wir nacheinander. Ja. Genau, wir machen einfach zwei Stück. So, dann passt das schon. Passt schon. Einmal den ersten Rettelbang. Boah, ist so laut, ne? Ja, Mann. Hätte auch ein guter Endschlag sein können. Für den Feuertop. Lecker Stepsequenz, sagst du? Lecker Stepsequenz. Und den zweiten Rettelbang. Alter Schwede. Die sind richtig laut. Salud leider nicht, aber die Ratter, alter. Zunächst ist, ja, Silberblinker. Ja? Machst du den? Ich geb den Luich mit. Ui. Ich liebe den. Bin verliebt in Silberblinker. Und ich in den Luich. Wie geht das? Einfach? Loll. Von hier kann ich gut sehen. Zünd den Knaller. Ich werde auf einem Blinker kommen. Hä? Alles. Was? Ich werde das. Nö. Alles wartet auf dich. So, er ist an. Silberblinker. Nail. Fokin. Leider die Standzeit, ne? Nicht so krass, aber die Ausbreitung. Meiner Meinung nach ist es ja auch lauter als das in Ferne, oder? So, ich finde, wir machen weiter mit den anderen Bombenrohren von Röder Freitwerk. Ich habe zwei Stück, die müssen zweimal da sein. Oder mindestens einen. Den können wir doppelt zünden. So, ich mach mal eben hier ein bisschen, ne? Ja, wir machen erstmal alle auf. Easy peasy. Man muss dazu sagen, dass die so ein bisschen blendend sind, weil die echt viel Platz wegnehmen, aber auch nicht viel mehr sind als diese kleinen, die wir gerade hatten. So, was haben wir denn hier? So, da ist die 1. 1, 3, 2, 4, 4, 4, 2. Dann machen wir, trotzdem erst die 1. Dann gehen wir der Reihe nach. Wir gehen der Reihe nach. Ich suche dir schon mal die 2 raus in der Zeit, wie du läufst. 2, 2. Die dann gleich in der 1. Okay, dann haben wir jetzt hier da den Röder Dreischlag Megashot in 1. Nummer 1. Gleich kommt dann zweimal die 2 sogar. Erstmal jetzt die 1. Wenn das mal nichts für mich ist. Ja, cool. Jetzt haben wir zweimal die 2 hier für dich vorbereitet. Nice. Nimmst du mit, ne? Yes. Super. 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 Wow, ihr seht's, ne? Das ist das letzte Video, was an Silvester gedreht wird. Und jetzt gibt's gleich zweimal den Röder Mega Dreischlag Nummero 2. Ich glaube, wenn der Tour will, kriegt das doppelt hin. Aber schafft er wohl, ne? Und es brennt. Geil, los geht's. Mal kicken. Geht schon. Oh, what? Nice. Geil, was ist der denn? Richtig gut. Auch sehr synchron. Richtig synchron. Okay, als nächstes hätten wir die 3. Das ist hier der grüne. Ah, das ist der mit dem Brokkard. Mit Brokkard. Ich hoffe, das kommt auf der Kamera rüber. Los geht's. Die 3. Durch wird nächstes Jahr gekauft. Steht fest. Nice. Sehr schön. Als nächstes hier die 4. Das machen wir die 4. Oh, die 4 doppelt. Stimmt. 4 ist ja schon die letzte Zahl. 4 auch wieder doppelt. Blaue Sterne. Blaue Sterne. Nice. Da hinten geht eine Powerbox oder so, aber ist schon wieder vorbei. Gold Glitzer. Gold Glitzer. Gold Glitzer. Okay, schauen wir mal, ob wir da Gold Glitzer erkennen. Sollten wir mal hinkriegen, oder? Bisschen Reste zünden in meinem Dachdecker zwischendurch, ne? Jo. Jo. Ein paar Frösche. C? Ah, ja. C. Ausgegangen. Und es geht los. Oh, die Röder 4 ist an. Doppelt. Los geht's. Geil. Boah. Alter, 4 ist das definitiv das Beste. 4 ist richtig gut. Die stand noch richtig lange. Jungs, wir haben jetzt nur noch diese Maze. Und dann kommt schon das Crackling Megafinale. Soll ich mal helfen? Ja, mach mal auf. Und dann geht's gleich richtig ab. Aber diese Maze finde ich zum Beispiel sehr schick. Ist aber auch Geschmackssache. Muss ja nicht hier mögen. Cossett. Cossett. Erste Anzündung. Meine erste Pyrolamm-Batterie, die ich live zünde und sehe. Warte, ich glaube, die muss... Nee, darfst du anzünden. Ja, komm, diese Maze mache ich an. Dann habe ich auch mal eine Pyrolamm-Batterie gezündet. War ich noch nie. Pyrolamm-Batterie noch nie gehabt. Und dann das erste Mal... Das erste Mal zünden, aber bei Röder bestätigt. Ja, moin. Keine Werbung an der Stelle. Okay. Der Maze, los geht's. Zünde ich mal schön an hier. Ist die geil oder geil? Die ist richtig neu. Jungs, Jungs, Jungs. Ich würde sagen, das Crackling-Megafinale, das wird richtig abgehen. Drei Sekunden Brenndauer. Das muss der Turbowirbel anzünden, damit ich von hier gut filmen kann. Gibt's doch nicht? Ich würde es gerne zünden, aber ich muss es gut auf die Kamera kriegen. An der Stelle sei gesagt, Gruß geht raus an der AOT Fireworks. An der AOT Fireworks, hätten wir das dann vor. Crackling-Megafinale von PGE. Wow. Viel Spaß dabei. Das ist mein Finale für das 5000-Abo-Special. Ich hoffe, das wird richtig knallen. Ich stelle jetzt sogar noch ein bisschen runter für euch, damit das Crackling, obwohl drei Sekunden, das ist wie auch so, passt. Stell hin, zünd an. Geile Scheiße. Freue mich. Jetzt sind wir mal sehr gespannt. Bin ich gespannt. Hey, Jasses. Okay, bist du bereit? Ich bin bereit. Ich bin wirklich bereit. Ja, drei Sekunden Brenndauer. Oh, es brennt. Es brennt. Oh. Let's go. Die war schon ganz lecker, ne? War lecker. War aber auch nicht gerade günstig. Aber geiles Teil und danke fürs Zuschauen, Jungs. Bis zum nächsten Mal. Das war das 5000-Abo-Special. Bis zum nächsten Video. Ciao. Can I be your superhero?